Wenn wir nicht mehr wissen, wie sich ein echtes Gespräch anfühlt. Wenn wir mehr Freunde haben, als wir jemals treffen können. Wenn wir jeden Morgen in den Spiegel blicken, ohne uns selbst zu erkennen. Wenn uns das reale Leben immer fremder wird. Dann sollten wir uns besinnen. Denn es geht um die gemeinsame Zeit. Und wie wir sie verbringen. Hochkönig. Der Gipfel der Gefühle.